Hallo Leute, ja es geht weiter mit Avalon Code und Okay, wir gehen jetzt eigentlich mal da rein und Wir müssen weiter machen Und das ist immer noch das gleiche Leute Boah, ich habe so doll keinen Bock mehr drauf So doll nicht mehr Ähm, ja Das war ein guter Anfang Ein sehr, sehr guter Anfang, muss ich echt zugeben Und Waffe Waffe Hammer So, so Mann, wann kann ich zu Niaki, verdammte Scheiß Ich habe keinen Bock mehr Karte Okay, so Ach Okay, ich gehe mal so geradeaus Okay, das bringt nichts Dann gehe ich einfach mal den Weg hier Okay, ich mache mal einfach so Was Okay, dann muss ich wirklich Ach, fick dich ins Ach man, ich will das doch eigentlich mal schaffen Okay, so 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 Und Plank Aber ich kriege Bronze Ach du Oh Oh Oh, nee 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 So geht's doch nicht Also kurze Pause Okay Ich hab's erledigt Ja Ja So muss es doch sein Okay Und Ähm Okay Was zum Teufel soll das Ach Komm Ach, das kann ich noch nicht machen Mann Stirb, stirb Keiner mag dich Also verpiss dich So Danke Jetzt kann ich die Waffe endlich ändern Schwert Und Muramasa Und Jetzt so Und Komm her Danke Und jetzt einfach mal nach links Und hoffen mal, dass wir eigentlich da sind Nein Warte, wie Was ist das denn Was zum Teufel war das Ich springe noch da hinterher Was Ey, das ist doch So Analysiert Und töten Töten Karte Was Krampfst du mich an, du Spasti-Teil Komm So Irgendwie hab ich geahnt, dass da noch einer kommt Geschafft, aber Zweimal getroffen Oder dreimal Oh Okay, ich habe Gold Hört auf, Leute Hört auf Ich hab schon Gold Lass es Lass es Das hat keinen Sinn Lass es Ja Ich hab Gold Und Sollen wir wetten Wenn ich jetzt da runtergehe Komme ich woanders hin Deswegen werde ich einfach nach oben gehen Weil ich keinen Bock habe Das nachzugucken Und So, so Danke Wir tätige alle Schalter Okay, das ist ein neues Level Mh, das sieht schon bösartig aus Okay Ja Das ist böse Das ist eiskalt böse Okay Ich muss jetzt einfach mal So Und dann hier Okay Das hat sich erledigt Japp, japp, japp Wie ihr seht, Leute Ich bin fast am Ende Also, ich bin am Ende Ich hab's geschafft Ja Und ich kriege nur Silber Ähm, ja, ist klar Nur kurz bevor er weg geht Mich noch kurz treffen Weil er böse ist Ist klar Spass, die Teil Dankeschön Oh, ich hab voll viel MP Egal, ich geh mal rein Und Was steht da? Absoluter Nullpunkt Also, das wäre ein Viech Yeah Eisdrache Malka Hato Und wie soll ich Malka Hato töten? So, so Wieso? Ich muss ihn doch erst an Warte, was ist das für ein Fettkopf? Oh, der fliegt gerne Ah, ich muss ihn erst analysieren Da kann ich ihn schwächen Er konnte mal runter Hallo? Juhu Kommt mal runter Vielleicht muss ich ihn auch von der Seite treffen Kann auch sein Okay, er treibt mich von der Seite Das passt die Katisax meinte, der ist leicht Aber gucken wir mal Boah, f*** dich ins Knie Ähm, ja Hä, warte Ähm Okay Waffe Haben wir vielleicht Oder was könnte Warte, was könnte da helfen? Ich glaube, Geschoss wäre am besten Aber mit Geschoss Nein, warte Wo ist die Donnerbüchse? Hier Vor die Karte Oh, das hilft wirklich Ey, ich will ihn analysieren Ich will ihn analysieren Ihr Spastis Okay Fortsetzen Hier sieht er anders aus Okay Vielleicht werde ich ihn trotzdem analysieren Ich will unbedingt ihn analysieren Und wo ist der? Okay Scheiße, Mann Ah, jetzt verstehe ich es Okay Aber wie kann man ihn analysieren? Das ist die bessere Frage Ach, komm her So, so, so So, 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 so Fick dich ins Knie So Ah, dämlicher Spasti Ey, wieso trifft er mich? Okay, ich brauche einen Keks Objekte Brot Danke Karte Ja, geschafft Endlich Okay Ah Egal, ich habe ihn analysiert Ich werde ihn jetzt einfach mal töten Komm nicht zu mir Du Drecksteil Du triffst mich sowieso jetzt nicht von der Entfernung Deswegen werde ich dich jetzt einfach töten Komm Das erinnert mich ein bisschen an Feinde Fendi An den drohten Typen da Wie heißt der Vincent? Ja Ja, getötet Nö, 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 nö Ja Kein Gold Doch, trotzdem Gold Yeah Analysiert und getötet Super Eine Frage zu der neuen Welt Das von den Leben der Gefertigten Wie soll das sein? Ah, das mache ich später Gibt es Später ist auch in Ordnung Ja, später Bist du sicher? Gehen wir weiter Ja Okay, und wo ist Niyaki? Und sollen wir wetten? Das ist unser Rezept Und das ist Niyaki Yeah, Niyaki Wie geht's dir? Nee, 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 nee Yeah, Niyaki Niyaki wurde befreit Von Gautam Nein, Kaoshi Han Ich bin Frei? Das stimmt, Niyaki Meinst du nicht Du sollst dich bei Roxas bedanken? Äh Das weiß ich, Roxas Danke Sagt sie das eigentlich im Kopf Oder sagt sie mir das persönlich? Das weiß ich manchmal bei ihr nicht Ah, ich kriege mehr Teile Okay Unterirdische Lago Der Anverno Die Seiten sind ja da Okay Kapitel 9 Waldgeist Ja Okay Jetzt geht's weiter Wenn Wälder überall im Land grünen Wird der Engel einmal mehr erscheinen Warte, der letzte Satz kommt mir bekannt vor Ich weiß nicht wieso Als nächstes spricht die Professorin vom Wald Auf in die Sü- Sümpfe? Gehe vom östlichen großen Baum aus Richtung Südwesten Roxas Ähm Ja, ist eine leichte Aufgabe für mich Okimabu ist aufgestiegen Super Die mentale Kraft Karte scheint jetzt ihre maximale Größe zu Was? Ihre mentale was? Das muss ich später mal nachlesen Und was ist das denn für ein Oh, ein Schwert Ja Ja, weg mit mir Ja Und Ist das alles? Ja, scheint wohl so Oh, es geht weiter Warte, von wo kommt der eigentlich? Sonnenfinsternis? Die Zeit der Zerstörung naht Okay Diese Welt wird bald vergehen Und atme nicht so schwer Gibt es wirklich etwas, das von Wert ist? In dieser Welt Wieso atmet du so schwer? Hast du Asthma Oder was? Ähm Ja Wieso ist das so eine böse Musik? Das macht mir irgendwie Angst Hallo? Böse Musik Hör auf Hier haben Leute Angst Und Zuschauer auch von Oh nein Ach, Waffe Schwert Warum ist das so eine böse Musik? Boah So böse Musik Noch ein Stufenanstieg Was hab ich jetzt gemacht? Hallo? Warte Hä? Okay So, 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 so Danke Ich geh einfach mal jetzt Okay Blitzmeldung Jetzt in der Arena Diamantenpokal Der Entscheidung Goldpokal hab ich noch nicht gehabt Warte, ich glaube, wenn ich jetzt da hingehe Kann ich Gold und Diamant danach machen Ich glaube, das werde ich auch danach machen Schweißnatzfluss Wieso ist das so eine böse Musik? Findet ihr das auch nicht irgendwie gruselig Wenn man das irgendwie hört? Zum Beispiel geht ihr gerade mit eurem Freund In den Wald irgendwie spazieren Und dann Die So eine bösartige Musik Boah Okay, ich geh einfach mal nach oben Ähm Hast du irgendwas zu sagen? Nein Okay Und wir sehen uns im nächsten Part Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020